Guten Tag, mein Name ist Thomas Schauer, ich bin der Gesamtvorzeugverantwortliche von Seat und gemeinsam fahren wir heute das erste Mal den neuen Seat-Artikel. Der erste Seat SUV, den wir jetzt endlich auf die Straße gebracht haben und ich denke der Eindruck vom Seat Leon ist, die Gene konnten wir super in diesen neuen SUV übertragen. Die Gene eines Seat sind Sportlichkeit, Expression und genauso fährt sich der neue Seat Altdecker. Der Motor zeichnet sich durch hohe Agilität und Leistung aus. Der Wagen fährt super durch Kurven und zeichnet sich für eine sehr hohe Kurvenagilität aus. Um das Fahren im neuen Seat Altdecker einfacher zu machen, haben wir eine ganze Menge an Fahrerassistenzsystemen eingebaut. Zum Beispiel Lane Assist, Stau Assist, Emergency Assist, Top View. Da haben wir einen Navigationsbildschirm mit 8 Zoll Durchmesser. Um die erste Ausfahrt mit dem neuen Seat Altdecker abzuschließen, kann ich nur sagen, es macht unglaublich viel Spaß, diesen komfortablen und gleichzeitig sehr sportlichen Geländewagen zu fahren.